Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen war er zwölf, unsterblich verliebt, und in Heiligensee stand die Hitze. Die Luft stieg flirrend vom Asphalt auf. Ein paar mächtige Linden überragten den ochsenblutrot gestrichenen Kiosk an der Minigolfbahn im Weierpark und spendeten Schatten. Er steckte den Kopf durch das geöffnete Schiebefenster, um besser in den Kiosk hineinsehen zu können. Sie war nicht da, auch nicht im Hinterzimmer. Sein Herz kam ihm plötzlich vor wie ausgehöhlt. »So, mein Kleiner«, die Stimme der alten Berger klang wie ein Reibeisen. Warum nur musste er immer an Sie geraten? Die Tüte in ihren Händen knisterte, als sie das Papier über den Schätzen zusammenschlug. Es roch nach Zigaretten, einem Hauch Schnaps, und aus den aufgereihten Plastikdosen stieg der süße Duft von klebrigem Weingummi. »1,50!« Die Berger reichte ihm die Tüte durchs Fenster. Ihre blonden Locken waren spröde und ihre Haut grau. Während er in seiner Hosentasche kramte, das Geld seiner Mutter beiseite schob und nach den Münzen fingerte, ging sein Blick erneut zum Hinterzimmer. »Wie alt bist denn du?«, fragte sie und musterte ihn. Hatte sie seinen Blick bemerkt? Ahnte sie, dass er wegen ihrer Tochter hier war? »Fünfzehn«, log er. »So, fünfzehn also.« Sie verzog keine Miene. Bestimmt hing ihre Tochter mit Älteren ab. Das tat ein Mädchen immer. Klimpernd legte er das Geld auf das schmale Fensterbord. Sie strich es ein. »Schicker Schlips?« »Ist ne Schuluniform«, rechtfertigte er sich. »Bist auch einer von dieser schlauen Schule, hm?« »Mhm«, brummte er und wurde rot. Das Astoria hatte einen ziemlichen Ruf. »Na denn«, murmelte die Berger und machte eine leichte Kopfbewegung. »Kein Nicken, kein Kopfschütteln, irgendwas dazwischen.« »Vielleicht kommst du ja mal mit deinen Freunden zum Minigolf«, bot sie an und reichte ihm die Tüte. Ein goldener Wassermann an einer dünnen Kette blinkte zwischen ihren Brüsten. Starrte er etwa gerade in ihren Ausschnitt? Hastig wandte er sich ab. »Ja, vielleicht.« Er nahm die Tüte und floh durch die grüne Gittertür neben dem Kiosk vom Gelände des Minigolfplatzes. Welche Freunde eigentlich? Die vom St. Josef war er los, und am Astoria war er immer noch der Freak aus dem Heim. Er wünschte, er hätte eines dieser Mofas, wie die coolen älteren Jungs. Dann würde er jetzt mit lautem Getöse in einer Staubwolke davonrauschen. Aber er hatte nur ein klapperndes grünes Herkules-Damenrad, zu klein für seine aufschießenden Glieder. Er schob sich einen Halbmond und eine Cola-Flasche gleichzeitig in den Mund und strampelte im zweiten Gang aus dem Schatten der Bäume, als er sie plötzlich sah. Für einen Augenblick stand sein Herz still. Er wusste ihren Namen noch nicht, aber das würde sich bald ändern. Sarah, Yvonne, Elli, wie auch immer. Ihr Name war eigentlich egal. Er würde jeden Namen an ihr mögen. Das Problem war, sie war nicht allein. Mutig sein. Zu fünft saßen sie in der Sonne. Zwei Mädchen, drei Jungs. Genau da, wo er vorbei musste, am Ausgang des Weierparks. Einer stand, die anderen hockten lässig auf den Lehnen der Stühle, die um einen quadratischen Metalltisch herum festgeschweißt waren. Ein paar Schritte weiter hatten zwei von ihnen ihre Enduro-Mopeds geparkt. Auf dem Tisch standen ein paar halbvolle Bierflaschen. Sie trank Cola und legte den Kopf in den Nacken. Ihre langen, blonden Haare fielen über die Schultern. Ihr weißes, locker sitzendes Top mit den tiefen Ärmel ausschnitten warf ihn fast vom Rad. Jemand riss einen Witz und sie musste prusten. Cola tropfte von ihrem Kinn auf ihr Top. Was sie nicht weniger perfekt machte. Jetzt, wo er sie sah, fand er, Elli würde am besten passen. Hätte nur sie mit ihrer Freundin da gesessen, er hätte angehalten. Aber die drei Typen, die mit ihnen abhingen, waren schwierig. Zwei von ihnen kannte er vom Seen, vom Astoria-Schulhof. Sie waren aus der Abschlussklasse. Achtzehn, mindestens. Ihre Namen wusste er damals noch nicht. Der größte der drei Jungs glitt vom Stuhl und verstellte ihm den Weg, sodass er anhalten musste. Es war der, den er noch nie gesehen hatte. Der Typ trug eine NY-Kappe. Der Schirm verschattete seinen Blick. »Schickes Fahrrad«, feigste Kappe und deutete mit der Bierflasche in seiner Hand auf das Mädchenrad. »Schicker Schlips«, sagte der Zweite, der sitzen geblieben war. Er trug eine Brille und ein knallweißes, spöttisches Lächeln. »Aber irgendwie passt das nicht so richtig zusammen, oder?« »Hallo«, sagte er leise, blickte angespannt an Kappe und Brille vorbei und lächelte Ellie an. Blaue Augen. Er versank. Sie wandte sich ab und wischte über die Cola-Spritze auf ihrem Top. »Ignoriert er uns?«, fragte Kappe. Seine Stimme leierte etwas. War wohl nicht sein erstes Bier heute. »Sieht so aus«, grinste Brille. Auch er schien leicht, einen Sitzen zu haben. Oder täuschte das? Der dritte Typ hielt sich im Hintergrund, ließ ein silbernes Feuerzeug aufschnappen und steckte sich eine Zigarette an. »Sippo«, hießen die Dinger. Jockel aus dem St. Josef hatte auch so eins gehabt. Er hatte es von irgendjemand abgezogen und immer behandelt wie eine Trophäe. »Was ist denn der jetzt eigentlich? Ein Junge oder ein Mädchen?«, frotzelte Kappe. Brille zögerte. Für einen Moment schien er zu überlegen, ob er mitmachen wollte oder nicht. »Beides möglich, oder?«, sagte er und zeigte auf das Damenrad und den Schlips. »Lasst ihn doch«, mischte Ellie sich ein. Himmel war das peinlich. »Als wäre er ein Baby, dem man helfen müsste.« »Wieso?«, meinte Kappe. »Er könnte uns neues Bier holen.« »Der?«, Ellies Freundin hob die Augenbrauen. Ihre Pupillen waren so groß wie bei Jockels Kumpel Falco, wenn er was intus hatte. Sie war ebenfalls blond und trug ein eng anliegendes, geripptes Top mit tiefem Ausschnitt. Noch tiefer als Ellies Mutter, wenn das überhaupt ging. »Der ist doch höchstens dreizehn. Zwölf?« »Dann soll er nach Hause und bei seinem Vater aus dem Kühlschrank was holen«, sagte Kappe. »Mist. Wenn er jetzt nicht bald etwas sagte, dann würde Ellie denken, er wäre der letzte Feigling.« »Eure Flaschen«, kam es ihm über die Lippen. »Die sind doch noch fast voll.« Sofort kam ihm der Satz idiotisch vor. Es herrschte kurz Stille. Der mit dem Sippo lächelte amüsiert. »Hat das Mädchen mit dem Schlips was gesagt?«, fragte Brille. »Ich hab nur voll gehört«, meinte Kappe. Mit ausdruckslosem Gesicht hob er die Flasche hoch und goss sie über ihm aus. Das Bier floss durch seine Haare, lief ihm ins Gesicht, von dort am Schlips herab bis in den Schritt. Die mit dem Ausschnitt lachte schrill. »Jetzt ist sie leer«, sagte Kappe mit falschem Bedauern. »Mein Gott, jetzt lasst ihn doch«, bat Ellie erneut. In ihrem Blick regte sich Mitleid. »Alles nur das nicht«, dachte er. »Bitte kein Mitleid.« »Husch, husch, zu Papas Kühlschrank«, meinte Kappe. »Da kannst du Nachschub holen.« »Nicht jeder Vater ist ein Säufer«, brachte er hervor. »Wieder Stille.« »Keine gute Stille.« »Treffer versenkt«, prustete Ellie. »Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.